Ein Telefongespräch Bei einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht können wir unsere Mimik und Gesten zur Hilfe nehmen. Aber was macht man bei einem Telefongespräch? Ein Telefongespräch Normalerweise verläuft das Gespräch so. Ein Telefon klingelt, man antwortet und am anderen Ende der Leitung verlangt jemand eine bestimmte Person. In diesem Falle wird vielleicht gesagt Hallo, ich möchte bitte Vielleicht wollen wir uns zunächst vorstellen. Guten Tag, hier spricht Oder es läuft nicht alles so glatt ab. Entschuldigung, aber... Die Verbindung ist schlecht. Ich höre sie nicht. Auch in diesem Fall bitten wir, wie bereits zuvor, sprechen Sie bitte langsamer. Manchmal bedienen wir uns auch einer Vermittlungszentrale und fragen diese Welche Vorwahl hat... Es ist immer gut zu wissen, wie andere den Namen unseres Landes aussprechen. Deutschland Allemagne Allemagne Mitunter müssen wir eine Nachricht hinterlassen. Kann ich bitte eine Nachricht für Herrn, Frau hinterlassen? Und was lassen wir ausrichten? Und was lassen wir ausrichten? Teilen Sie ihm bitte mit, dass Herr ihn gesucht hat. Die Frauen unter uns werden sagen... Teilen Sie ihm bitte mit, dass Frau ihn gesucht hat. Dites lui, s'il vous plaît, que Madame l'a demandé. Ohne Mobiltelefon oder Handy läuft heute gar nichts mehr. Handy oder Mobiltelefon? Telefon, Portable. Telefon, Cellulaire. Wenn wir in Kontakt bleiben wollen, sagen wir am Ende einer Begegnung, können Sie mir Ihre Handynummer geben. Quel est le numéro de votre Portable? Handy oder Festnetz? Wo sind Sie? Von wo aus rufen Sie an? Ich rufe gerade vom Flughafen aus an. Ich rufe gerade aus an. Ich rufe von meinem Wagen. De ma voiture. Vom Flughafen. De l'aéroport. De l'aéroport. Vom foyer im Hotel. Du hall de l'hôtel. Du hall de l'hôtel. Die Verbindung ist miserabel. Ich höre kaum etwas. Je vous entends à peine. Je vous entends à peine. Man sollte auch wissen, wie man nach einer Telefonnummer oder einer Notrufnummer fragt. Welche Telefonnummer hat? Quel est le numéro de téléphone de... Quel est le numéro de téléphone de... Welche Telefonnummer hat die Polizei? Les pompiers. Les pompiers. Les pompiers. Les pompiers. Les pompiers. Wenn Sie diesen Ruf hören, dürfen Sie nicht gleichgültig bleiben. Hilfe! Au secours. Au secours. Oder... A l'aide. A l'aide. Obwohl wir nicht gern an Notfälle denken, sollte man dieses Wort dennoch kennen. Rettungswagen. Rettungswagen. Les services d'urgence. Les services d'urgence. Oder... Le SAMU. Le SAMU. Keine Panik, aber das ist ein Notfall. C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Untertitelung des ZDF, 2020